Gaia stellt in der griechischen Mythologie die personifizierte Erde dar. Ihre Hauptbedeutung entspricht der einer Muttergottheit, die alles Lebende hervorbringt und ernährt. Zugleich wirkt sie als Todesgottheit, die den Menschen nach dessen Tod in ihrem Schoß aufnimmt. Gaia gilt seit Hesiod als Urgöttin in den Mythen über die Geburten und Kämpfe der Götter. Gaia gebar viele Kinder, von ihr stammen die Titanen ab, die Olympischen Götter, sowie die Giganten und Typhon. Außerdem ist sie die Mutter des Himmelsgottes Uranus, der zugleich ihr Gatte wurde.